Oh mein Goooooooood! Lulu schläft. Pssst! Nein! Aufwachen! Einen wunderschönen guten Abend, muss ich sagen. Hier ist es dunkel, hier ist es! Pssst! 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 Hahahaha! Das ist Klatsch! 20.17 Uhr. Kann man sehen. Bestimmt, ne? 2 Minuten nach Waxbunny. Ja, 20.18 Uhr. Gleich fängt Waxbunny an. Und, falls ihr euch erinnert, es war kurz vor Weihnachten, glaube ich, ne? Es war auf jeden Fall kurz vor Weihnachten. Da haben wir euch gesagt, wir werden irgendwann... Wir werden irgendwann ein Video machen, wo es darum geht, 24 Stunden wach bleiben. Das machen wir heute! Wer als letzter einschläft, bzw. ja, wer als erster einschläft, ist raus, dann zweiter, dritter, alle raus. Wer es schafft, am längsten durchzuhalten, ist der Gewinner. Und das machen wir heute. Mama ist jetzt schon müde. So, Mama ist müde. Ja, ich auch. Valotte! Genau gerade umgesprungen, die Uhrzeit, auf 5.13 Uhr. Seit dann bin ich noch voll verpasst. 5.13 Uhr, ich bin auch guck mal. So, warum sind wir noch angezogen und sind gerade wiedergekommen? Denn es ist heute der Freitag, der 8. Der 8. Februar ist jetzt heute bei uns. Das werde ich euch auch gleich zeigen, weil Fußball kommt. Dann zeige ich euch, wer spielt. Dann seht ihr, dass das alles echt ist hier und nicht gefaked. Deswegen 24 Stunden, wir sind jetzt ja schon, also Leon, wenn das bis 5 Uhr durchhält, hat das fast geschafft. Ich bin auch wach seit 5.25 Uhr, hat mein Wecker geklingelt. Zu mogeln und ohne zu gucken. Gebt jetzt einen Tipp ab, wenn der Vorspann läuft. Einmal in die Kommentare, wer gewinnt die Challenge. Und dann gucken wir am Ende, ob ihr recht hattet. Viel Spaß! So, und jetzt, wir haben ja Zeit, wir können ja einiges gucken. Jetzt geht es erstmal los mit. Jetzt wollen sie erstmal ein bisschen Looney Tunes gucken und ich zeige es euch. Da, 20.20 Uhr ist es. Ja, und ich werde gleich gucken. Wer spielt heute Mainz, glaube ich, ne? Mainz gegen Leverkusen, oder wie war das? Mainz gegen Leverkusen. Ja, gegen Leverkusen? Mach ich gleich an. Ich muss mich natürlich wieder an Lepht aufsetzen. Guck, da macht es das Licht schon aus. Geht hier schon und jetzt ist es wieder sehr hell. Naja, egal. Geht auf jeden Fall gleich los. So, und damit ihr das jetzt aus der anderen Perspektive seht. So, da ist Stativ mit Legria, ne? Weil die hat ja Weitwinkel, deswegen kriegt die alles drauf. Und da ist die andere. Dann gucken wir mal. Dann weiß man ja nicht, ne? Ob man am Ende vor lauter Müdigkeit noch dran denkt. Deswegen werden wir die Legria ja öfter laufen lassen. Einfach mal so. So, und jetzt? Der erste schläft. Kloppo, du bist raus. Äh? Was? Was? Ich? Hab da gar nichts gemacht? Was ist denn los? Ne? 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 So, hab da Kloppo auch nochmal gesehen, ne? Der schläft jetzt eh gleich weiter. Und so läuft das. Kinder gucken da auf den großen, ne? Und Fatih kann hier auf den kleinen Laptop gucken. Es geht auf jeden Fall gut los. Ich bin weder Mainz noch Leverkusen-Fan. Neun Minuten, eins, eins. Die können so weitermachen. Ich hab ja noch ein paar Stunden heute, ne? So ein zorniges 7,6 oder so. Wäre doch mal was. Gibt's Mainz oder Leverkusen-Fans unter euch? Dann schreibt's mal jetzt in die Kommentare. Ich kenne nämlich keinen. So. Das ist jetzt die Ansicht vom Stativ. Weil wenn wir dann später irgendwann alle halbtot auf dem Sofa liegen, können wir uns alle sehen. Und falls einer da vorne einschläft, nämlich Leon, haben wir auch mit drauf, ne? So. Wer glaubt denn, dass er gewinnt? Oh. Die Kinder. Oh, oh, oh. Ich glaube, hm? Wird hier schon knapp? Muss Mami gleich ins Bett? Die hat auch schon kleine. Oh. Bei dir hier unten? Hm? Alles noch gut? Ja. Haben wir schon einschlange ich auch. Ja, aber gerade erst. So, und ne? Damit es nicht heißt, wir vergessen es. Hier, das 5,1. Boah. Also ich sag ja, 7,6 wird knapp, weil meins nicht mehr mitspielt. Aber zack. Und ab damit. Gibt schlechtere Spiele. Wenn es ein 0,0 so ein müdes gewesen wäre, dann wäre ich vielleicht am Tisch eingeschlafen. Aber so, gucken wir mal, wie es da drüben so läuft. Mutti ist schon fast am Schlafen. Hat Mama schon geschlafen? Nein. Ha? Ha? Ja. Aber Lulu, ha? Jetzt ist sie wieder fit, jetzt will sie Chips haben, ne? Da sieht man doch die Chips. Und hier, bei dir? Oh, bist du schon am Schlafen? Ja. Na, au, ne, noch nicht. So. Ja. Das Reif reicht vorbei. Wir haben es. Ich werde das immer weiter hier dokumentieren. 22.13 Uhr. Und, bist du müde? Willst du ins Bett? Vielen Dank. Biss du müde? Oh. Biss du müde? Willst du ins Bett? Oh. Biss du müde? Oh. Es wird hier schon, es wird schon kritisch hier. So. Jetzt ist die Frage, was jetzt? Ah! Was jetzt? Togo läuft noch? Togo geht, glaube ich. Bis viele Nachts sind. Das müsste jetzt eigentlich gleich vorbei sein. Aber es ist ja Togo Plus. Ich bin schon jetzt, 22.13 Uhr, ich bin schon 17 Stunden wach. Das stimmt. Äh, stimmt. Pokémon. Doch, eine Minute noch. Das ist wirklich um 22.15 Uhr vorbei. Dann kommt ja auch eigentlich nichts mehr für Kinder. Ja, dann müsste er wohl ins Bett. Dann müsste er wohl ins Bett. Hab da wohl verloren. Nein. Dolle, danke. Ich geh auch nicht. Ja, dann gucken wir halt was für Erwachsenen. Nee, 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 Freund. Wir machen was an. Ja, was denn? Frage. Vielleicht ein Film. Ja, habt ihr doch gerade schon. Wie wäre es, wenn ihr draußen rum joggen geht? Wie wäre es, wenn ihr mit Papa noch um dich habt? Angry Birds können wir gucken. Angry Birds? Gut. Dann suchen wir jetzt Angry Birds hier. Ah, Papa! Oh mein Gott! Ah, jetzt ist es gleich Nacht. Nicht, dass der Game Master noch kommt. Wah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah. Ja! Oh! Oh! Warte! Ich bin Duffy-Duck! Hihihi! Huchu! Naja! Äh! Schluss! Ja wie sagt man so schön nach müde kommt doof, ne? Hhahaha! Hhahaha! Sag mal! Was bist denn du so?! Hhahaha! Sag mal! Hahahaha! Ich glaube Leon schläft. Leon ist der erste, der raus ist. Leon muss ins Bett. Ich glaube auch Leon. 5, 4, 3. Au. Da ist er aber ganz schnell wach geworden. Oh und ich bin die Einzige, die morgen dann fit ist. Fällt mir gerade auf. Du bist aber auch die Einzige, die morgen dann wach ist. Wir schlafen dann einfach den ganzen Tag. So, ich habe Angry Birds gefunden. Angry Birds geht gleich los hier. Aber erstmal wieder anderthalb Stunden. Mal gucken, ob einer einstellt. Ich lasse einfach mal schnell die Kamera an der Zwischenzeit. So, hier. Ich glaube wir haben die erste Aufgabe. Sie wollte schon hoch gehen. Lulu ist es nicht. Lulu sagst du gleich einfach Bescheid, wenn sie schnarcht. Und hier auch schon müde? Guck mal Leute. Hey, was ist das denn? Barbie. Da läuft noch Englisch aus. Also um 22.33 Uhr haben wir die erste kritische Phase. Aus vier macht drei. Ja, ja. Da würde ich mal Klobung mitziehen. Das hätte er als erster schon verloren. Gucken wir mal noch, dass sie wacht. Aber Lulu wird gleich Bescheid sagen. 20 Minuten später. Ich glaube es ist soweit. Ich glaube Mami ist die erste, die raus ist. Aber dann können wir sie wecken. Dann kann sie doch nach oben gehen und schlafen. Wollen wir das nicht sagen? Kannst schlafen gehen. So, hier läuft noch, es ist ja auch Biathlon in Kenmore. Weil eben war die Männerstaffel und jetzt kommt gleich hier Frauenstaffel. Also Mutti ist Platz vier. Naja, doch Platz vier und Kloppo ist Platz fünf. Natürlich. Mutti ist Platz vier. Ich glaube jetzt, oh hier guck. Warum willst du Lulu denn in eine Niederlage quatschen? Nur weil du müde bist hier mit deinem alten Dutt? Ja. Sag tschüss. Und man geht auch den Penneranzug an. Was ist denn bitte ein Penneranzug? Penner. Die leiten das von Pennen, weil man kann ja Pennen gehen. Ach so. Und du? Mit Mutti ins Bett gehen? Nein. Nein, um Gottes Willen. Später. So, wir haben jetzt 23.36 Uhr. Luisa sagt jetzt schon, sie zieht mal den Schlafanzug an. Sie ist gerade weg, deswegen ich bin gespannt. Jetzt wollen wir mal hier gucken. Oh, da sieht aber auch einer müde aus, oder? Ja? Ich glaube, lange geht es nicht mehr, oder? Oh, da komm ich an. Ja, da komm ich an. Ja, da komm ich an. Ja, da komm ich an. So, ich glaube jetzt recht sich, dass da jemand so früh aufgestanden ist heute, ne? Bisschen kaputt? Kannst nicht mehr, ne? Na dann. 23.44 Uhr. Aber du hast es sehr lange ausgehalten dafür, dass du um Viertel nach fünf schon wach warst. 18,5 Stunden. Das ist viel, ja. Ja? Ja. Ja. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Gut Nacht. Wir filmen nur noch sechs Stunden, ne? Platz drei. Dafür, dass du so früh wach warst. Er wird ja rot. Ich glaube hier geht das auch nicht mehr lange, oder? Na? Hä? Hä? So, jetzt sind nur noch wir zwei übrig. Leon ist im Bett und Lolo guckt. Er sagt, sie schafft noch einen Film. Jetzt wollte sie Barbie gucken. Boah, mir ist ganz heiß irgendwie. Oh, ich bin ja mal gespannt. Ich werde jetzt auf die... Ah, ha! Ich bin auch schon. Und da hat er sich beschwert, dass ich immer gähne. Na ja, ich bin ja auch schon seit 5.25 Uhr. So, es wird immer dunkler hier. Denn um Punkt 12 geht hier nämlich das Licht aus. Also nicht alles. Ihr seht es ja, da ist noch Licht an. Wolltest du noch weitermachen? Ja. Da ist auch noch an. Dann gucke ich mir eben jetzt Barbie. Leute, der Papa ist eingeschlossen. So, ich werde dir mal gemeinsam wecken. Warte. 5, 4, 3, 2, 1. Aufkommen! Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Es ist kurz der Reise. Und ich bin... Oh! Ich glaube, lange hätte es bei Lolo auch nicht mehr getan. Oh, ich bin wirklich sehr, sehr müde. Weiß! Da flitzt sie jetzt gleich. Nee, nee. Zähneputzen erst mal, junge Frau. Ich würde sagen, wir haben alles gegeben. Auch wenn es nicht so lange ging, wie wir eigentlich gedacht haben. Ah, kurz nach eins ist ja auch schon. Viertel nach fünf. Weiter. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns doch einen Daumen. Daumen. Und packe es nicht. Dann kann man es manipulieren. Hier unten auf den Backen. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, dann klickt auf alle Seiten. Tschüss! 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 Tschüss!